So, äh, ja, ähm, dann bin ich an der gleichen Stelle wie im Part davor. Und ich glaube in dieser Episode, da mach ich mal diese ganz coolen Netzplayer nach. Weißt du, die die immer so mit so viel Druck reden. Uah, ja, das zum Ding. Ich weiß nicht was ich tun. Ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie liegt hier das nicht so, wow, leck mich doch am, was ist da denn los? Laufen, laden. Äh, da muss ich gar nicht hin. Ja, und dann haben wir hier so'n Fass. Äh, ja, dann, äh, ich glaube ich werfe das hier mal hin. Oh, das macht ja, oh, ho, 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 ho Das ist ja hier ein ganz schöner Gang, ne? Ja, wenn das jetzt hier lädt, dann lädt das übertrieben, sagen wir mal. Warum... ...hab ich so wenig FPS? Oh, Mann, ey. Oh, also kann man doch nicht spielen. Geh besser weiter, bevor sie hier vorbeischauen. Hm. Verdammt, zu spät! Hallo. Das war knapp. Danke für deine Hilfe. Ja, bitte für meine Hilfe. Mach es ist für dich sicher. Ich bin ein bisschen Nachschub für dich. Aber dann musst du unbedingt weiter. Hm, was würde jetzt ein Let's Player sagen? Ja, dann machen wir das doch einfach mal, ne? Tschüss! Oh, was haben wir denn hier? Eine Ecke? Ja, da ist nix. Ein Zaun, viele Mann-Schlitter. Echt, Stange, komm. Ich schlag dich kaputt. Ja, oh, ja, oh, oh. Ich fühle mich sehr analysiert. So, Mann, ist ja gar kein Spaß, wenn das so leckt, ne? Ah, oh. Ja, ja. Ist denen eigentlich mal aufgefallen, wie lächerlich die eigentlich sind. Glaubt nicht, oder? Oh ja, da kommen sie ja wieder in die Mann-Schlitter. Wir schießen diese doch gleich mal ab. Ja. 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 Dann gehen wir auch wieder rein hier in die Tunnel. Weil wir wollen hier ja nicht schlafen oder so. Ah, ich weiß nicht. Das liegt mir irgendwie nicht so. Also, das, das Spielen an sich schon, aber dieses Rumkronken. Das versuchen ja viele. Das ist nun mal einfach so, dass denen die Persönlichkeit dazu fehlt. Hm. Boah, so ein paar Lüftungsschächte, ne? Das ist so eine ganz eigene Angelegenheit. Hier war doch ein schönes Granätchen versteckt. Hm, alles fair wird jetzt sagen. Ja, hier ist noch eine Granate versteckt. Und, äh, ich glaub, die holen wir uns jetzt einfach mal. Ah, oh, oh, ein Zombie. Hm, ja, da hab ich mich doch gleich erschrocken. Ja, und, äh, ach, scheiße. Wir müssen ja hier wieder raus aus dem Gang. Das, äh, ist ein Fall für mich. Wenn dieses schöne Fass auf mich zurollt, dann, äh, kommt hier bestimmt gleich ein Gegner runter. Oh. Oh, ich wundern. Jetzt hätte ich es geahnt, ja. Oh Mann, ist das lächerlich. Das fühlt sich irgendwie nicht so gut an für mich. Cool. Wenn man keine Anzugenergie hat, einfach mal baden gehen. Auf welchen Drogen sind diese Leute eigentlich? Ich mein, das, das frage ich mich jedes Mal, wenn ich, wenn ich mir sowas angucke. Das sind so eine total überfröhlichen und, äh, hüppeligen Leute. Ich verstehe das nicht. Ja, dann gehen wir doch hier auf den Rohren längs, ne? Ja, oh, was sehe ich denn da? So ein ganz komisches Ding. Und das qualmt hier raus. Das ist ja, nee, das ist, das ist Dampf. Das ist das. Steam. Achtung, alle Bodenschriftseinheiten. Urteilsübergabe in Kraft geträgt. So ein bisschen rumkraxeln, ne? Scheit! Und so, traier das, was ist das. Okay, das war's für mich. Alleade, Wobei! Was ist das? DiabH daresonsraining? Oh, dazu geht's! kilub Verb Poland ver말 innovation. Das war's für mich! Das ist Nitz. Hast du noch was? Uh. Ich spiel grad irgendwie nicht so fluent wie im ersten Teil. Ich spiel daran, dass ich so harte FPS-Drops hab, dass mich das keinen Spaß macht. Was ist das jetzt endlich mal mit den Mistviechern? Ich bin hier nicht noch in die Luft. Das ist mir fast ungeheuerlich hier drin. Jetzt fang ich auch schon damit an so rumzuschreiben, wie so ein idiotischer Let's-Player-Verschnitt. Obwohl scheiße, ich mach ja welche. Äh. Äh. Lass mich von der Leiter runter. Hm? Haha, meine lieben Mann-Schnitters. Ey, ey, lass mich hier rauf. Hm. Hm. Ey. 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 Lass mich von Laddaten. Ja. Gut gemacht. So macht man das. Fünf Punkte Deluxe. Ne, warte. Zehn Punkte. Fünf Sterne. Ah, genau. Fünf Sterne Deluxe. Hm. Was haben wir hier? Was hat er denn hier? Oh, ja. Oh, Mann-Schnitter. Ne. Ja. Springen wir da hier rüber. So. Oha, da kommt einer runter. Ja. Oh, der auch. Und ja. Hm. Pst. Ey. Und so würde mein Großvater auf die Dinger schießen. Nein, wahrscheinlich würde er nicht treffen. Wauwauiwa. Das ist ein ganz schöner Tunnel. Konstruktion. Wer hat gebaut diese Autobahn? Ist nicht gut für Strasse fahren. Ich quatsch an Scheiße. Oh, da oben wäre so ein Ding gewesen. Er lächst mich doch am Arsch. Na, was soll's? Hm. Was würde ein Netzplayer jetzt sagen? Ja, oh, guck mal hier. Ich glaub, da geh ich lieber schwimmen drinnen. Ja. Achtung. Gefährliche Strahlungswerte. Wir melden. Ich messe auch gleich mal ein paar Strahlungswerte. Pst. 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 Du solltest besser gehen. Woher weißt du, dass ich das bin? Hm. Wie sprechen eigentlich Radiomoderatoren? Muss ich erstmal überlegen. Äh. Gesellschaft! Werden beschossen! Ihr seid ja aber nicht grad standfüßig. Nee, warte mal. Standfest? Wo ist denn die andere hin? Da. Das sollte ich vielleicht nicht anfassen. Das würde mich sonst ein wenig schocken. Ist das nicht schockierend, wie die hier abprallen? Hallo, Zombie. Und es fielen Speere vom Himmel. Und nicht ein einziger Koitus ward gegeben. Hey, Gordon Freeman. Habe gehofft, dass du kommst. Das Luftboot ist aufgetankt und sofort startklar. Also ich komme bestimmt nicht. Ordnungsschutz kann man daraus nicht schwer vermeiden, aber mit einem schnellen Wagen nicht zu fahren. Huah, huah. Lasst mich hier rauf! Ich krieg hier gleich noch Fracke! Huah! Also nix wie los, ja? Ach, ach, ach. Oh, ja, äh. Danke, dass du mich raus lässt. Schön, los. Hm, jetzt sollte ich nicht rückwärts fahren. Hm. Ich will noch fett, dass ich die Nase schnell rückwärts. Vorwärts. Hm. Ich will noch nicht rückwärts. Ja, komm. Hm? Egal. Dann fahr ich mal um. Ich will weiter mit dem. Ding. Wenn wir auch mal das Ding gebaut haben, dann wusste ich nicht, was er tut. Was? Achso, außerdem mag ich Ladezeiten. Ladezeiten sind, äh, was ganz Schönes. Wassergefahren. Nein. Wassergefahren. Ich fahr ja auf dem Wasser. Fährt man eigentlich auf dem Wasser? Weil man, eigentlich ist man ja in dem Wasser, ne? Oh. Brauch ich nicht. Nein, ich glaub, das Ding hier berührt das Wasser ja auch noch. Hallo, P-Man. Ich muss hier zwar nicht rein, aber ich, ich rein da mal. Hallo. Näh. Station 12, bitte kommen. Station 12, seid ihr da? Hier ist Station 8. Station 12 soll tot sein. Punktgenaue Angriffe auf alle Bodenstationen. Oder, oder so. Hat er letztes Mal gesehen. Na, kommt hier jetzt ein Schraub da? Ich glaub, ich schraubte den. Hey. Also, so geruckelt, ne? Das hab ich ja nicht mehr gehabt, weil wir das Spiel damals auch in der GeForce 4 gespielt haben. Ich mein, das sah natürlich deutlich schlechter aus, aber trotzdem. Ich mein, das hat nicht geruckelt. Hey, da unten. Nachschub! Nachschub? Vorsicht unten! Ja, 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 ja. Aha! So. Gut, naja. Weppa! Un, dos, tres. Äh. Ich hab' da. Äh. Scanner. Ich glaub' der Scanner hieß nicht Maria, oder? Ne? Ne, ne, ne. Das wär' glaub' ich abwegig. Hm. Also, wenn man nichts sagt bei diesem Spiel, dann ist es doch sehr stumpf, ne? Weil, du hast ja, du hast ja, du hast ja nicht mal Hintergrundmusik oder sowas. Mann, da ist ja nix im Hintergrund, nicht mal Vögel zwitschern, aber gut. Manchmal vielleicht drüber. In diesem Fall jetzt grad irgendwie nicht. ... Oh yeah. Und jetzt noch mal her. Ah, ja, getroffen. Stationsblock. Beschränkter Block. Der ist wohl ziemlich beschränkt. Der Block. Oh Mann. Das wird immer schlimmer. Tüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Sauerstoff das ist unglaublich so schlechte Witz, also wirklich es muss wohl an diesem leichten Badansatz haben könnt ihr zwar nicht sehen, aber die können mich vielleicht verstehe ich ich möchte wieder in Rhein Bösartig? Ne, so böse bin ich gar nicht, aber ich bin artig Es wäre nicht so nett, die einfach auszuschalten Aber was soll's? Sie haben es ja nicht anders, ihr wollt, ne? Ich meine, ich quatsch glaube ich wieder einen Haufen Scheiße So wie immer eigentlich, aber Ja Ja, ja Oh Super Hey Ich frag mich ja Eines, ne? Kann man von hier hinten Eigentlich Ich meine, das muss ja irgendwie Gehen, ne? Zoom Ah Ah Ich glaube ich kann mal ein bisschen die Sekunde Ah Ich glaube ich kann noch ein bisschen ein paar Aua Das ist wohl sehr hart bei der Gegend hier Oha, dieses Geruch das ist so eine Asse-Scheiße Also wirklich Ich mein, das ist richtig so ein Fliesentisch-Style Ich weiß nicht warum mein Rechner so beschissen läuft gerade Ich kann ja mir den ganzen Monat drüber aufzählen, ein ganzes Jahr Oho Oho Sehr erfreut bei der ihre Bekanntschaft gemacht zu haben Macht eine Bekanntschaft, komm Die Human Centipede Ja, das bin ich Also, der Centipede Ja Das ist, glaube ich, echt etwas gut Das fand ich immer selber lustig Oho Oho Nein, 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 nein Ja Ja Tunnel Tunnel Also treffen muss er auch, ne? Was ist da hinten eigentlich? Sehr viel nichts. Oh, mein bester Kumpel, der Revolver. Aber ich glaube, in diesem Fall, ne, schade, hier kann man nicht so zoomen wie bei Black Mesa. Aber nachher war der genauso viel Wunsch. Einer betroffen, Kanaderi. Bei aller Einheiten der ganzen Bühne, wie wir ihn Gott sagen. Oh, mein bester Kumpel. Oh, meinst du? Es gibt es noch nicht. Oh, meinst du? Ich bin nicht mehr. 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 Oh, ist das stumm. Das müssen wohl Frau und Mann schnitter sein. Wenn ich mich nicht irre. Kannst du mal hier für mich auf mich schießen, da? Oh, das ist ja blöd. Ich lade den Anzug auf. Ja, ja. Ich lade Gesundheit auf. Ja, ja. Ich werde abgeschossen. Nein. Ich schieße, sie kommen weiter. Ja, ja. Ich mache das Tor auf. Ich schieße auf den Heli-Stochter. Da verheligt er sich doch gleich. Das ist aber nicht die feine, schöne Combine. Nun gut, wir haben keine feine Art. Aber nur dieses eine Malen kommt zu mir. Wenn ich ihn auch mal sehe, ne? Dann kriegst du ordentlich einen auf den Sack. Gut. Drückt auf den Like-Button. Drückt auf Abonnieren. Äh. Und hinterlasst mir Kommentare. Sonst gibt das keine Likes und keine Abonnenten und keine Kommentare. Danke fürs Zuschauen, meine lieben Leute.